hallo liebe leute ich mache es diesmal so ich werde jetzt also nur für dieses video morgen machen wir ganz normal bis zu einem bestimmten zeitpunkt wir befinden uns hier in internet aquarium wir werden hier das video 11 minuten machen 11 minuten lang machen und wenn es bis dahin noch nicht eine runde summe gibt dann werden wir dann eben so lange machen bis es rund ist ich war jetzt lange nicht mehr da gewesen weil es mir auch nicht wirklich gut ging ich hatte ein bisschen kopfschmerzen deswegen wollte ich keine videos machen also wie gesagt 11 minuten lang dieses video und dann bis es eben rund ist bis es eben rund ist und ich habe mir gesagt ich habe mir jetzt mal die die meldung verholt damit es mit dem geld ein bisschen spannender werden kann die Untertitelung des ZDF, 2020 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 da fast 30 sekunden waren es fast 30 und 20 und wahnsinnig ich denke in der zeit wird sie noch zwei gesänge wenn wir es nach elf minuten nicht und gemacht haben die summe 3 und 12.100 hat man das wäre noch nicht so gegeben aber wir haben noch fünf minuten zeit jetzt müssen wir gleich der nächste zusammen kommen die fische müssten mehr in der oberfläche sein damit ich die münzen noch besser einsammeln kann hier seht ihr das ein gesang kriegt sie noch hin womöglich zwei wenn es in die verlängerung geht tausend muschellen knapp in etwas mehr als sieben minuten die 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 2.370 Euro Ah, sie ist groß geworden. Wir sind gleich bei 12.05. Hätte ich eigentlich geplant, aber wir haben gesagt 11 Minuten. Dieses Video. Stirb, fress dich voll. Noch 2 Minuten. Das war jetzt ein Geldregen. Das waren 100. Innerhalb kurzer Zeit. Ja, wenn es in die Verlängerung geht, dann können sie sie noch eingelangen. Wir sind gerade bei 13.000. Das können wir vielleicht noch warten. So, weiter gehts hier. Ich bin gerade ein bisschen vom Spielfernsehen abgelenkt. Im L.S. Wir haben noch eine Minute, 7 Sekunden, um die Summe am Ende rund zu machen. Das geht irgendwie wieder nach oben. Das war so ziemlich wichtig, dann. Das war so ziemlich wichtig, dann. Das war so ziemlich wichtig. Das war so ziemlich wichtig. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Nein. Es war nicht vor den 11 Minuten, d.h. es wird in die Verlängerung gehen. Es war nicht vor dem Ablauf der 11. Minute. Das heißt, es geht so lange weiter bis 2 Nullen stehen. Vielleicht kann uns noch mal ein Gesang helfen. Ja. Ja. Ich kann nicht so viel bauen, die ganzen Minuten zu sammeln. Knapp 13.000. Und hinterher als 11 Minuten haben wir mehr als 1.500 gesonnen. Das ist schon ein Hammer. Oh, schon wieder der. Applaus, dass wir hier gleich am Ende sind. Noch 16. Es muss nur einer her. Es muss nur einer her. Stopp. Da hören wir auf bei 13.000. Wir hatten quasi eine Minute Nachspielzeit. Und morgen gibt's drei Teile von dem Video. Ich lad das Video jetzt sofort hoch. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Auf lid und nach drei. Das macht euch nicht darauf hin Covid login. Vielen Dank.